Pascal Spalter Das ist ein Erdweb, das ist eine Naturkatastrophe, die hier auf dem Weg in den NEW Hotspot ist. Dieser Mann ist eine Urgewalt. Wir hatten letztes Mal hier bei New European Championship Wrestling Demolition Davis. Und dieser Mann steht Demolition Davis in gar nichts an. Er scheint mir ein kräftiger Typ zu sein, aber das Aussehen, das Aussehen. Der Mann braucht Bauchmuskeln. Dieser Mann besteht aus hoher Gewalt und verbissenheit. Hast ein Spalter, wie ihr bei NEW Provocation. Wie soll die Röntgen aus Deutschland sein? Green Breaker! Hören Sie, wie laut ist hier ein Blast da? Green Breaker ist auf dem Weg zum Ring. Und diese Bienen, die ich meine, nennt sich Breaker. Was für ein Sparkopf! Das ist einer der Lokalmatadorin hier in Hessdorf. Will Breaker. Er hat sich hier bei New European Championship Wrestling dem Auftrag bei der ersten Mannschaft hier im NEW Hotspot bewiesen. Und wir freuen uns, dass das Publikum freut sich für diesen Mann wiederzusehen. Aber er hat eine sehr schwierige Aufgabe gegeben. Das kann ich meinen. Und dein Kumpel, dein Ex-Co-Kommentator hat schon alle Hände voll zu tun. Wie soll das erst werden, wenn die Glocke geläutet ist und das Match beginnt? Also ich sage ganz ehrlich, vielleicht bin ich nicht immer auf einer Wellenlänge mit Andreas Wilsdorf. Aber immerhin kommt er mir mit ein bisschen Respekt entgegen, den ich zu Beginn damals ein bisschen bei ihm vermisse. Gut erkannt, der einzige Mann, der meinen Respekt verdient, ist VIP, in dessen Ecke ich heute noch stehen werde und der diesen Abend wieder siegreich gestalten wird. Green Breaker! Green Breaker! Green Breaker! Zeig mal direkt, aus was mit dem Holz er geschnitzt ist. Hot Side, Green Breaker! Bei der ersten Veranstaltung, bei der Auftakt traf er auf Demolition Day, bis jetzt passt gleich weiter. Er hat wirklich die, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz schweren Brocken vorgesetzt bekommen. Aber er beweist, dass er sich gegen die sehr gut wehren kann. Auch Green Breaker, ein Mann auf meiner Liste. Er könnte es gewesen sein. Zumindest hat der Angreifer genauso übel gerochen wie Green Breaker. Ich notiere, Tommy Blue heißt Will Breaker. Zwei der beliebtesten Wrestler hier bei New European Championship Wrestling sollen die Attacke, die hinterrücks, auf sie begangen wurde. Sie sind heiße Kandidaten. Sie sind heiße Kandidaten. Beide sind übel riechende, schmutzige Typen, die sich nur den Jubel des Publikums erschleichen wollen. Ich glaube nicht, dass sie sich das erschleichen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes erkennt. Vor allem Will Breaker gegen diesen großen Mann, Pascal Spalter. Wir sind sehr nur in die Richtung, dass Pascal Spalter sich hier im NEW Hotspot präsentieren wird. Will Breaker konnte dann natürlich mit der Schnelligkeit halten. Pascal Spalter auf Distanz. Zwei Dropkicks, die man normalerweise jeden zum Boden bringt. Aber hier kann Pascal Spalter natürlich sein Gewicht einsetzen. Kann nicht ausgehoben werden von Will Breaker. Und dann der Schlag in den Nacken. Will Breaker ab. Und jetzt kann er hinaus. Nein, erneut nicht. Erneut kommt sein Wunder von Pascal Spalter und dann diese krachende Klose. Ich hoffe, dass Pascal Spalter Will Breaker den Schädel spalten wird. Aber sehr lässig von Pascal Spalter. Er scheint wirklich von sich überzeugt zu sein und seiner Kraft. Denn so ein Cover darf man gegen einen Will Breaker. Da kennt er ihn einfach zu wenig. In gar keinen Fall. Will Breaker, ein Mann, der auch vor allem nach seinem ersten Auftritt hier bei New European Championship Wrestling sehr gefragt war. Er hat einige TV-Auftritte gehabt. Er war auch heute schon im Moment vor kurzem. Die Medien reißen sich um diesen Mann, Will Breaker. Genauso wie sich die Medien reißen, reißen. Ich mich um diesen Mann, denn ich bin mir sicher. Er ist ein heißer Kandidat. Er oder Tüttel Blue Eyes. Ein derartiger Fiesling muss es doch gewesen sein. Da kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Liebe Fans, Pascal Spalter währenddessen immerhin hat seine Kraftvorteile, sein Gewicht sehr clever einsetzen können. Um Will Breaker am Boden zu halten. Hebt ihn jetzt aus und ans. Das ist dann so unglaublich leicht, wie er ihn aushebt. Ich muss sagen, Will Breaker ist ein großer, ein kräftiger Mann. Er kann hier Schaden anrichten in diesem Match. Doch wenn ich es mit ihm zu tun bekomme, dann ist er fertig. Das muss man sich mal vorstellen. Will Breaker ist 1,95 Meter groß. Mit 105 Kilogramm. Und den hat Pascal Spalter mal eben so ab. Ausgehoben. Und dann ein Job. Mehrere Stöge von Will Breaker. Und ein einziger Job. Genügt von diesen 140 Kilokoll aus, um Will Breaker zu holen zu sein. Jetzt braucht er das Publikum. Jetzt braucht er den NEW Hotspot, um wieder auf die Beine zu kommen. Er braucht viel Glück. Den Spalter macht mir einen guten Eindruck. Setzt seine massige Kont ein. Er leuchtet ein sehr lässiges Kalibar. Er ist ein lässiger Typ. Spalter gefällt mir in diesem Match. Auch wenn sein Aussehen fürchterlich ist. Und seine Bauchmuskeln natürlich nicht an meine heranreichen können. Aber er macht einen guten Eindruck. Und Will Breaker, dieser fiese Typ, hat es nicht anders verdient. Und wenn immer noch ein Setz, was ich hier neben mir anklopfen muss. Crucifix hier. Breaker, Breaker mit seinen knallgelben Hosen. Schafft er es. Ja, ja, der Crucifix ist jetzt auch. Hier geht es in den Zartzenflick. Aber nur der 2-Count. Pascal Spalter wurde dann sehr überrascht. Hebt jetzt wohl ein Kabel aus. Und was für ein Sidewalk-Slam. Das kann man so heute nachher 1-2. Und erneut, er hat das Nahbein eingehakt. Die weite Schulter, die Fieb frei. Und somit konnte sich Will Breaker befreien. Für so einen Volleimer nicht schlecht erkannt. Muss das erste Lob des Abends aussprechen. Ich denke, Will Breaker ist hier stehen. K.O. nach diesem Sidewalk-Slam von Spalter. Scheint er keine Lebensgeister mehr in sich zu haben. Und was für ein Job. 8 von 10 auf der Hardstyle-Skala. Das ist die höchste Bewertung heute von Hardstyle. Und die sind aber auch krank. Und der Whip in die Ringecke. Wie gesagt, Hardstyle's schlechtester Move hat 11 von 10 Punkten. Und jetzt zum wiederholten Mal. Dieser Whip in in die Ringecke. Da kann sich Will Breaker überhaupt nicht befreien. Da Pascal Spalter seine Masse und seine Kraft sehr gut einsetzt. Jetzt der Whip in in die gegenüberliegende Ringecke. Er nimmt Anlauf. Aber das hat zu lange gedauert. Und wie schnell der Whip Breaker ist. Kommt aus den Seilen förmlich geschossen mit diesem Diving-Album. Der Dropkick hinterher. Jetzt macht er es genau richtig. Er hat Pascal Spalter ins Zerre laufen lassen. Und Hit and Run. Das ist jetzt der Samoanjob. Was am Anfang zweimal nicht gelungen ist, gelingt jetzt beim dritten Mal. Der Samoanjob gegen Pascal Spalter. Was ist denn jetzt schon wieder ein Stil? Oh, 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 es gibt Probleme. Jetzt wird der zerquetscht, diese Made. Wir haben es angesprochen. Demolition Davis war derjenige, die innerhalb meiner letzten Veranstaltung gegenüber schon auch ein unglaubliches Schwergewinn. Jetzt sind wir hier die beiden schwersten Männer. Das kann man nicht anders sagen. Die beiden schwersten Männer bei New European Championship Wrestling sind jetzt hier gerade im Ring und bearbeiten beide Will Breaker. Was ist denn hier los? Was ist denn heute los? 175 Kilo und über 140 Kilogramm werden sich über Breaker hermachen. Die Disqualifikation ist nur noch Formsache, aber jetzt werden sich Schaden anregen. Wir sehen hier über 300 Kilogramm menschliche Zerstörungswut. Das Match ist ab morgen. Will Breaker gewinnt durch Disqualifikation. Da bleibt auch keine andere Entscheidung übrig. Aber jetzt diese beiden Kolosse. Das ist eine wahre Naturkatastrophe, die hier gerade durch den Ring fliegt. Diese Slams macht unglaubliche Bruch. Und hier machst du... Da kommt Adrian Sevilla und er rettet Will Breaker. Er scheut sich nicht, diese beiden Monster. Was hat der hier verloren? Der hat mit diesem Match nichts zu tun. Er hilft Will Breaker. Und genau das wollen wir sehen. Adrian Sevilla, der Mann aus Südtirol. Der erste Wrestler aus Südtirol. Hören Sie das kuppige Mahlzeit? Ich höre es. Es ist unglaublich, lächerlich. Irgendwann werden auch diese Holzgruppe erkennen. Das ist ein Pistler, es ist ein Pistler, es ist ein Pistler, es ist ein Pistler, es ist ein Pistler. Wenn ich schon ein Pistler so stark gesagt habe, dann habe ich das in einem Moment heute hier in diesem Ring gegründet. Und ich rieche den Pistler in dem Dreckchenkampagnen zu sehen. Das ist doch mal auch eine Herausforderung. Das ist doch mal auch eine Herausforderung. Mal sehen, was das NEW Office zu dieser riesen Herausforderung sagen wird. Alex Wright hat noch nichts bestätigt. Ich bin gespannt, wie er entscheiden wird. Das Publikum auf jeden Fall würde dieses Nächste sehen. Das Publikum, ich bitte nicht. Das Publikum, ich habe noch keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es der Andreas Milsthoff todesmutig. Wirkt er sich hier vor Demolition Davis. Man merkt einfach, dass bei Wilsdorff zwischen den Ohren nicht viel los ist. Davies hätte ihn zermalmen können. Ich glaube, wir können nichts anderes sagen, dass hier erneut eine Kooperation vor unseren Augen geschlossen wurde. Was schreit das Publikum? Riesen-Champion? Wir haben ihn doch nicht als miesen Fettsack bezeichnet. Ul 상황, wir schreit das Bundeskanzallenge. Auf jeden Fall. Was schon gesehen hat auch, team Together with Alltbäuer. Wir machen lessons hoch und unten. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. telling unsändert, das width was zu können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.